Ich bin einfach in den Hausflur, die Katze, die ist einfach dumm. Eine extrem schreckhafte Katze, die dann halt einfach in den Hausflur will, um da dann überall Angst zu haben. Das ist ein Typ in der Base in der Base. Ich komme. Alarm. Kevin hat Angst. Ey, wie kann ich es abschließen? So ein Ding. Einen Schuss. Was macht es denn? Hallo. Jetzt ist mir das. Okay. Keine Wolzen mehr. Äh, keiner. Ah, ja. Ja. Ja, süß. Das war zu Virginia Gini macht das schon. Aber ich schaue die Virginia, du bleibst jetzt nicht weg. Ah. Ah. Sie kommt. Sie kommt. Achtung. Ich war schon Virginia noch ein Schuss. Ich sehe beides verwenden, Mann. Gleichzeitig schießen einfach. Das ist mit ihm Verkehrs. Kannst du hier auch Rüstung machen? So ist es. Komm mal gleich rüber zu meiner Bahn. Die ist voll cool. Die ist jetzt perfekt abgetrimmt. Abgetrimmt und abgestimmt. Erstens. Die kommen genau so, dass du dich halt hinstellen kannst und die weiterleiten kannst. Mhm. Und. Versuch mal von unten nach oben zu kommen. Dann springt man einfach wieder dran. Lässt sie ziehen. Und. Zack. Oh, du Landesländer. Der Landesländer ist genau bei den Holzdinger. Ja. Wie geil ist das denn? Das war's. Wie ist die Rote? Ein Arbeitsweg, ne? Dass man da diesen Step hier an der Kante macht und so. Das schon. Schon cool. Schon cool. Das war jetzt eher Lack, ne? Also so ein Skill, glaube ich, dann auch nicht. Ah, schon. Schon cool, finde ich. Genau. Passende. Höchst erfolgreich. Ja. Wir sollten die aber weiter langsamer verbauen, weil ich seh grad Kelvin weiß schon nicht mehr wohin. Ach so, ja, dann komm ich mal mit hoch. Jibiii. 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 Entspann dich. Ja, einer muss ja mal hier Stimmung machen. Jibiii. Stimmung. Jibiii. 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 Wo kommt der hier lang, Gell, Harst. Jill. Jo, ihr fehlen Sachen. Was soll das denn? Jaa, der hat das kaputt gehauen. Bandakt und Boxen gleich. Jibiii. Jaa! Das ist ja schon tot, ne? Scheiße. Hier. Der Sniper am Weg. Ne, nicht da drauflegen. Ah, du musst hier den ganzen reinbauen. Jaa. Du musst alles wieder abbauen. oder halt spikes und dann die wände drüber jetzt sagt nicht das geht nicht mehr du musst dafür immer die dinge abmachen das wussten wir doch schon ja deswegen ist das so schlimm wenn die was kaputt machen so jetzt haben wir das mal das hat so ein bisschen was vom stecke verbauen oder so von damals oder blätter die 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 extra gewartet und dachte du machst dich so ich mache gerade decke wo meinst du einbauen stopp schon ach so du hast die genommen ich verwirr'n gerade so müssen wir auch noch spikes ich drücke mich um und du stehst genau in meiner kämen in meinem gesicht ja machen wir quadrat auch nach oben hin das heißt hier außen könnte man ja einfach nur einen geraden dünnen gang machen ja das ist die idee das wird jetzt quasi wir sind ja gerade im ege ab erster og kommt die spindeltreppe nach oben durch ja das heißt wir machen jetzt hier keine quadrate nach oben oder wie gleich wird halt jetzt was ich meine ist ja wenn du jetzt so hoch geht und das hier ob das den quadrat sein soll oder soll das eine gerade sein wo wir jetzt einfach die baumstämme dazwischen reinlegen oder kann man sonst die spindeltreppe nachher nicht bauen das ist über komplett ausbauen ich würde sagen dann kann man ab hier rechts rum dann kommt man da hoch so auch hier so und so jetzt quasi dann es gibt die probleme wie kommt man doch durch oder was auf der anderen seite hätte es noch schön gefunden hätte man das noch geschafft hier dran vorbeizukommen ach so ja aber da kannst du ja hier dran vorbeigehen da muss ich da war auch rein zufällig hier kommt ein dicker selber dicker durch den kopf gejagt er hat doch noch ein pfeil von mir oder oh jetzt kommt nebulas ja er ist so ich hab auch zwei pfeile dran vorbeigeschossen an seinem kopf wir müssen irgendwo hinten gelandet sein aber keine ahnung digga virginia wieder ganz entspannt hier ne also wir könnten es halt extrem platz sparen boah könnten es eigentlich extremst extrem ja machen wir jetzt die frage machen wir nur eine landebahn raus aus dem haus hier oder machen wir ein haus daraus haus das soll ja schon schön sein irgendwie oder nicht also hier können wir jetzt schon schön bauen wieder auch das dach würde ich dann nachher also man kann ja außerhalb von der landebahn auch noch so ein dach machen was so schräg abgeht und so ein scheiß also habe ich schon viel drüber nachgelassen aber das ist ja noch zukunftsmusik aktuell bauen wir ja wirklich weiß ich nicht wie man es nennen soll aber es ist ach so es war ein fertiger baumstamm er ist auf jeden fall eher bis jetzt nur landebahn flugzeug und vor allem wenn dann vielleicht noch ein paar mehr leute irgendwann dabei sind ich weiß nicht ob die bock haben bald dann mal dabei zu sein aber es hat sich wirklich bis jetzt noch nicht so viel gemeldet am meisten so ja habe ich gar keine zeit für was machst du denn in der freizeit prioritäten meinst du von innen unten nach außen machen wir uns das gerade echt zu schwer wir können doch für etagen auch einfach immer wieder hängebrücken benutzen oder nicht wie sieht das da aus ja theoretisch geht das könnte man dann nicht einfach jetzt quasi auf der kurzen seite ich sag mal hier eine wand durchziehen naja das kannst du ja zack oben Balken rein zu dir das gelbe ist selber auf deiner seite bauen Balken rein und dann einfach Bretter drüber legen dann müsste man ja nicht die Pfosten physikalisch bräuchte man die auch nicht in der Mitte ja das sieht zwar hässlich aus aber wenn wir dann müssen wir hier noch eine wand zwischen kriegen wenn du verstehst was ich meine sonst sieht das richtig hässlich aus oder wir machen das noch eins weiter hier außerhalb kann das in der luft hängen wahrscheinlich nicht na also dass das hier die hängebrücke ist ne du hast ja keine wände dann mehr das hier soll ja kein lächiges haus sein sondern dass die sollen ja überall wände noch hinkommen und so ja du kannst ja machen kannst du überall ruhig wenn du hinziehen ne nicht wenn ich in der hängebrücke ist du kannst ja nicht hier neben dieser hängebrücke rechts und links wände hochziehen wahrscheinlich das kann ich mir nicht vorstellen aber wir können es mal ausprobieren der joy macht nix ach so der findet hier keiner mehr in der umgebung das hatte er eben auch schon der ist im prinzip nur noch da um die sachen die hier rein fahren und dann rumliegen einzusortieren das ist folge mir schneller folge mir schneller bester befehl von hier müsste das ungefähr gehen wenn ich jetzt hier sage komm 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 wenn du jetzt nicht kommst ne so ein armbruchsschutz ist schnell gesetzt äHi behold woher woher firma gre fazer ja genau einfach ein bisschen außerhalb Also die Stämme hier einmal verbauen. Ich mach das mal eben an der anderen Seite zuerst und jetzt kann ich das sagen, so, da rüber. Zack, zack, so. Dann bräuchte man jetzt nur noch Stämme an der Seite um zu gucken ob man da noch was placen darf und dann baut man erst die Hängebrücke fertig. Zack, zack. Es geht ja hier rum. Ne, kannst du nicht mehr. Jetzt bin ich weg. Warte. Okay, also erst hier lang, dann da lang, dann da lang, dann hoch mit zwei Stämme. Wieso willst du denn hier Wände placen? Ja, weil das muss ja ein Haus sein. Das ist ja die Idee, dass du, also wo willst du denn in unserem, in unserer großen Halle so Wände haben? Das ist ja die Idee, warum ich Hängebrücken benutzen will, ist halt, dass du keine Pfosten mehr brauchst. Das heißt, du hast ja einen viel größeren Raum. Aber das geht ja jetzt auch nicht nach oben. Kannst du eine Hängebrücke nach oben bauen? Ne, da würde ich einfach wieder an der Treppe setzen irgendwann. Also, wenn ich das jetzt hier übertragen will, zum Beispiel da oben hin. Nein, nicht so rum. Jetzt muss man die Hänge, die Stären einbauen, ne? Aber es ging nicht mehr in den neuen Patch. Da war doch irgendwas. Das heißt, wir müssten diese oder so alle nach innen versetzen. Das geht so oder so nicht, dass wir die Stärs ganz außen setzen. Weil, dann baut er ja keine ganzen Wände, ne? Da wo die Diagonalen waren. Das heißt, die Treppe dann ist eigentlich auch moch. Das heißt eigentlich, so eine Treppe von uns quasi hier. Was meinst du mit keinen ganzen Wände? Kannst du auch so bauen, oder nicht? Ne, der baut doch jetzt immer nur hier die Diagonalen voll. Aber keine ganze Wand. Ist doch das Problem. So, wie drüben auch. Da müssen wir alles mittig bauen. So, jetzt sehe ich hier eine Treppe bauen. Boah, schwierig. Das sähe sogar ganz cool aus, wenn das immer hier so rechts und links wäre. In der Theorie. Also, hier wo frei ist, sind dann ja die Hängebrücken. Das wäre ganz cool. Actually. Ja, genau. Oh, was für die Treppenprobleme. Also, können... Das heißt, wir bräuchten jetzt hier, müsste die Treppe auch wieder weg. Hier müsste dann eine Stehfläche sein. Wieso? Weil du musst ja jetzt so hier drüber. Kommt dann quasi... Und zack. Bauen wir mich eben selber weg. So. Da ist ja jetzt die Treppe. Nee. Mann, ey. Verpiss dich, Virginia. Junge, ich habe irgendwann Albträume davon, ne? Was soll denn passieren? Dass sie mir auf den Sack geht. Ja. Oder du baust halt die nächste... Jetzt kann ich es nicht machen. Wollen wir... So. Oh, das ist ja dann eigentlich auch so, wenn du jetzt so eine Treppe hier baust. Aber vielleicht weniger Mocher als eine seitliche Treppe. Wer macht das so? Genau. Hier wieder eine drüber. Eine Hänge, Brücken... Ja, und hier außen kannst du einmal so lang gehen, wo... Das sieht dann halt ganz cool aus. Genau so habe ich es mir auch jetzt gerade gedacht. Kann ich hier schon irgendwelche Balken rausnehmen? Nein, nein, nein. Wir nehmen hier nix einfach raus. Ach, dann müssen wir auch erst mal unten anfangen. Ne, unten ist schon zu weit gebaut. Das sollten wir hier nicht. Hä, wie unten anfangen. Oh doch. Man kann doch eigentlich. Genau. Schon mal anfangen, ein paar rauszunehmen. Oh Gott, oh Gott. Jetzt einfach neue Baumstimme farm. Einfach direkt viel schöner, dass da nicht mehr tausend Pfosten sind. Und nachher zehn Kilometer Etagen dann drüber gebaut. Scheiße, ich muss hier was bauen. Das geht nicht, weil ich ganz unten alle Baumstimme gemacht habe. Okay, erstmal wieder tausend Baumstimme farm, die reinzusetzen. Ich würde erst ganz am Schluss, wenn man fertig ist, oben letzte Etage machen oder so rausbauen tatsächlich. Gerade aus den Gründen. Ich hätte richtig Schiss, dass irgendwas unrealistisch im Spiel wieder passiert. Was wieder gar keinen Sinn ergibt. Okay, also erstmal bauen wir uns quasi hoch. Oder hier muss einer händigen des Seils. Da hinten brauchen wir jetzt auch. So. Genau, ja. Seil. Zu dir. Ja, vielleicht sitzen wir in die Kisten drum. Das ist doch ein bisschen nervig, wenn die so, äh, wenn man da nicht so weiterkommt. Hä? Ist das denn nur ein Seil gebaut? Digga. Was macht das denn? Ne, das muss ja eh bis hier vorne wieder so hoch gebaut werden. So weit kannst du das glaube ich nicht machen. Kannst das doch nicht da dran bauen. Hä? Was macht das? Ich hab da nur einmal geklickt. Da kann keine zwei Seil... Warte, gehen zwei Hängebrücken nicht nebeneinander vielleicht? Was ist denn? Ne. Der verbaut das Deck beim ersten Linkskrieg. Die andere Hängebrücken nicht einfach abbauen. Na dann baut das auch Deck wieder. Hä? Weil, guck mal, normalerweise ist es so, du gehst da hin. So, dann sagt der, okay, ich geb mir nen Fixpunkt. Dann sag ich, okay, ich mach eben nen Maze Runner. So. So. Fertig. So geht's eigentlich. Und beim anderen baut der ja direkt das Seil weg. Ja, danke. Also, hä? Ist das hier irgendwie verrückt? Warum will der das nicht bauen? Wir haben dieselbe Höhe. Aber du willst es ja eh nicht da dran bauen, wo du es dran baust. Das muss ja eh vorher aufhören. Sonst muss ich das wieder mit dem Treppensystem nicht. Sonst müsstest du ja außerhalb des Hauses jetzt gehen. Das muss hier aufhören. Die Hängebrücke. Genau. Das geht's, glaub ich. Boah, jetzt muss ich hier hoch, dann die Treppe hoch, rauf, 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 rauf. Dann hier. Darf ich jetzt? Ah, du wolltest hier die Stücke schon mal platzieren, ne? Nach außen. Ich hab ne gute Idee. Oh. Wo geht's denn jetzt nicht? Also. Ist das schlimm, wenn man die einzeln setzt? Hä? Ja, ich kann halt da nicht noch einsetzen, ne? Aber da sind noch zwei. Spindeltreppe bauen. Wenn ich das so mache, ist da nur ein Zeil. Ne, bei mir sind nur zwei. Ja, wie jetzt? Bei mir sind die ganze Zeit zwei da. Bei mir ist da nur einer. Und der geht auch drinnen. Hier, das hier? Welches ist bei dir nicht da? Stimme ich jetzt bei dir in der Luft? Wenn ich heße. Was von dir? Ja, du bist in der Luft. Jetzt bist du auf dem Boden. Ja, jetzt bin ich runtergefallen. Äh. Zwischen den Seilen tatsächlich. Also das Äußerste ist da. Aber das Innere fehlt. Bei dir aber nur. Ja. Ich fahr halt die ganze Zeit zu. Hä, warum geht das nicht? Warum baut direkt nur ein Seil? Also da, wo du drunter stehst, ist das hier? Ja, du läufst gerade durch die Luft. Ja. Perfekt, Digga. Aber das geht eh bis hinten durch. Also muss das eh wieder abbauen. Ja, das geht dann aber nur, wenn wir hinten noch erstmal die Option weg. Geht nicht. Warum nicht? Die Konstruktion trägt doch nix. Wir haben nur nix verbaut. Wenn mal das andere sei auch abgebaut. Jetzt müsste es gehen. Ach so. Ja, stimmt. Das andere sei, was ich jetzt hier ziehe. Ja. Genau. Boah. Nee, gar nicht nervig eigentlich. Ey, das ist daran nicht gedacht. Das steht. Jetzt darf ich trotzdem kein... Okay. Also da sind keine Seile mehr. Nee, jetzt sind's beide weg. Jetzt platziert der direkt wieder auf einen... Ein Seil. Ist da jetzt. Hä? Okay. Ja, okay. Bei mir ist auch nur ein Seil. Und ich kann kein neues platzieren. Und das geht mir schon wieder durch, Digga. Nee, ich... Ich brech weg. Mach den Scheiß selber hier. Ja. Ich kann doch auch da hinten den Baumstamm nicht... Irgendwann kann man den nicht abnehmen. Ich weiß es nicht. Ach, vielleicht... Vielleicht wegen dem anderen Dingen. Kannst du das andere nicht abbauen? Ach... Ich weiß nicht, wieso hängt da neben noch eine zweite Seilbrücke, die wir eh nicht haben wollen. Ich baue die jetzt ab. Nee, das ist doch als Floor. Das ist ja die Idee, dass wir nicht so viele... Ja, dass wir nicht so viele Säulen brauchen. Dass wir auf der Innenseite, so wie wir das bei unserem großen Haus bei dem ersten, Speicherstand mit Steffen und so, wie wir das haben wollten. Und in dem Haus möglichst wenig Säulen hat. Und möglichst einen freien Raum hat, ne? Und nicht so ein... Ja, ich hätte gerne Platzangst, wenn die das gerne triggern können. Hä? Ja, ich verstehe. Das hängt ja kaum durch. Aber ich glaube, das geht nicht. Also ich denke mal... Also zum einen kannst du dann... Wandtechnisch konntest du ja nicht daneben entlang bauen grad eben. Doch. Achso, du weißt ja nur außen bauen, ne? Ja, stimmt. Da liegen ja auch zwei Stücke für die Wand. Ja gut, aber es ging ja um die Höhe. Nicht liegen, sondern wenn du jetzt hier einen daneben reinstellen wolltest, konntest du da oben keinen mehr reinsetzen. Irgendwie so war das. Mach deinen Scheiß doch alleine. Ach, was bringst du denn heute mit Stalkerin? Ein paar Büschelchen. Ah, die geht sogar zu dir und gibt dir das, glaub ich. Ach, die eben auch schon zweimal. Ich komm. Mach ich die endlich los, ey. Einzel... Weißt du, was hier... Während mich irgendwie immer an so ne Asiatin. Also so dieses... Wenn die sich bedankt, wenn die redet, so... steine... 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 Steine mitzunehmen, wenn's geht. So, ich komm da jetzt auch. Perfekt, Digga. Mein Ball, das sieht man hier. Ah, mein hat Chuck dann. Ich hoffe, der Calvin macht noch was. Also Baumstämme sammeln technisch. Was er wenigstens schon mal ein paar mal einsammelter hinbringt. Gerade wenn dann auch gleich wieder ein Overflow kommt. Eigentlich reicht es, wenn der in der Mitte steht und nichts einsammelt, sondern einfach die, die rumliegen, wieder einlagert. Dann kann man halt ohne Bedenken die die ganze Zeit da hinfahren lassen. Bei 50 Baumstämme, die rumliegen, ist auch gar nicht mal so wenig. Aber auch eigentlich nicht so viel, wenn man jetzt die ganze Zeit nur Baumstämme fahren würde. Aber mit 50 Baumstämme kannst du ja schon übel viel bauen. Okay, also das heißt, jede Etage besteht im Prinzip nur an den Seiten aus Plattformen, wo die Treppen sind. Und in der Mitte sind dann halt Hängebrücken. Oder wie? Ich hatte eigentlich gehofft, dass man überall Hängebrücken machen kann. Außer da, wo halt mehr oder weniger der Stair-Komplex hinkommt, der Stair-Tower. Ja, den musst du ja immer auf etwas bauen. Und da musst du ja dann immer einen Quadrat runter sollen. Ja, deswegen geh also quasi Tower. Ja, ich hoffe, dass es geht. Oder man verzichtet halt einfach aus der ist und nimmt sich ein paar Zip-Lines. Das wäre halt übelkacke. Obwohl dann kommst du nämlich leider nicht nach oben. Ja. Es ist ja... Wir werden jetzt nicht so praktisch auf jeden Fall. Wie geil man so Fuchen in den Schnee läuft, ne? Weil die mir echt spät gerendert wurden, gerade als ich mich umgedreht habe. Das sieht echt sexy aus. Decke-technisch bin ich voll. Ich komm mal zurück und dann setze ich mal meine Stöcke. Ja, Calvin sammelt die sehr gut. Kannst du... Vorher, ne, das geht nicht. Stöcke, ach nicht Stöcke sammeln, Steine sammeln. Für Calvin. Aber dann haben wir keine den ganzen Scheiß einsortiert. Ja, das wäre doof, wenn er das nicht macht. Da ist einfach ein Baumstamm in den Boden rein und ist jetzt für immer gone. Cool. I guess. Ja, ne, kein Bock verbaut zu werden. Das wird so anstrengend. Mach mal alleine. Verbaut werden. Oh, immerhin kann Calvin über die Mauer klettern. Guck mal, die stapeln sich hier sogar hoch, Tom. Wie so ein richtiges Lager. Was ist das denn? Und Calvin baut die ab. Okay. Ja, ja, ja. Bringt die auf jeden Fall hier hin. Das ist schon mal sehr praktisch. Praktisch. Wie junger ist das ne geile Zippy. 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 Äh, ja, ich hoffe du machst deine Konstruktion, also die Stöcke jetzt hier damit nicht am Arsch. Hm, stimmt. Das sehe ich ja dann durch. Das ist für ne kacki Mechanic. Ja, ich stelle hier gerade auch die anderen auf. Heaven? Oho? Du willst natürlich genau hier rein jetzt, oder was? Digga. Okay. Der sollte eigentlich so einen Low Toggle Modus kriegen. Einfach alles durch, alles durchrennen. Außer Wände vielleicht. Hm, die Stiergröße stehen noch. Ja, jetzt kann man hier wieder keine Wand setzen, ne? Mhm. Ja, okay.